Summit bedeutet Gipfel und ist somit nicht nur die geografische Beschreibung dieser Strecke, sondern auch ein Hinweis auf die ultimative Herausforderung, die hier auf Sie wartet. Sie müssen all Ihr rennfahrerisches Können zusammennehmen, um diesen Kurs unversehrt und siegreich zu überstehen. Das Fahren wird hier durch haarsträubende Steilküstenstraßen und unerwartet enge Kurven zum wahren Nervenkitzel. Steile Berg- und Talfahrten bieten zusätzliche Herausforderungen in dieser Schneelandschaft. Hier haben Sie möglicherweise den Wunsch, Ihre Reifen gegen Skier einzutauschen, denn die Straßen sind so stark gewunden, dass sie sich wie auf einem Slalomkurs vorkommen. Nehmen Sie den Fuß vom Gas und setzen Sie eine ausgereifte Kurventechnik ein, um Unfällen vorzubeugen. Dieses ländliche Dorf birgt eine Serie von scharfen Hochgeschwindigkeitskurven, die glatte Powerslides bei der Durchfahrt erfordern. Achtung, unerwartete Sprünge ziehen tragische Folgen Ihrer Routenplanung nach sich. Musik